Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu diesem besonderen Video. Weil, kennt ihr alle dieses Problem, dass ihr von einem Brettspiel hört, das alle irgendwie gespielt haben oder alle so toll finden und das auch gut bewertet ist? Und dann schaut ihr euch das Spiel an und dann seht ihr, huch, 140 Euro? Ne, so viel Geld will ich jetzt nicht für ein Brettspiel ausgeben. Und dann ist es auch noch so fett wie Gloomhaven. Ja, und Gloomhaven ist eins dieser Spiele, was so richtig gehypt ist, was sehr viele sehr feiern und was auch, ja, 140 Euro kostet. So, und auch ziemlich viel Platz auf dem Regal einnimmt. Ich sage bewusst auf dem Regal, weil das passt in kein Kallax. Da dachte sich aber der Verlag, komm, wir bringen ein Spiel raus, das ins Kallax reinpasst, was jeder spielen kann und was auch nicht so teuer ist. Ja, und zwar ist das die Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Und ob es ihnen gelungen ist oder ob das eher so ein, hm, nicht so gutes Spiel ist, das erfahrt ihr jetzt im Video, wenn ich mich mit Gloomhaven beschäftige und ich weiß wirklich, wovon ich rede, weil ich habe in Gloomhaven über 100 Stunden reingesteckt. Und ob es mir jetzt auf die Nerven geht oder ob ich es immer noch spielen kann, weil eins der großen Kritikpunkte, worauf ich gleich eingehe, ist ja, dass das Spiel auch sehr wiederholend ist. Darauf gehe ich gleich ein. Ob es sich lohnt oder nicht, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Zuallererst, was ist eigentlich Gloomhaven? Gloomhaven ist ein kooperativer Dungeon-Crawler, wo wir als Team versuchen, bestimmte Monster zu töten, Missionen zu erfüllen und dann auf zur nächsten Mission. Es ist ein Kampagnen-Spiel, das heißt, ihr werdet hier eine fortlaufende Geschichte spielen. Ja, im Basisspiel sind das über 100. Hier bei Pranken des Löwens sind es nur schlanke 25. In dem Spiel werdet ihr so verschiedene Abenteuer erleben. Ihr werdet Stadtereignisse haben, die immer vorgelesen werden, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und dort werdet ihr Entscheidungen treffen. Ja, zum Beispiel, wollt ihr jemandem helfen oder wollt ihr jemandem nicht helfen? Wollt ihr, wenn ihr bei jemandem Geld eintreibt, das Geld sofort haben oder ihr wartet, bis ihr das Geld eintreibt und je nachdem wird es andere Auflösungen geben, andere Belohnungen geben und euer Charakter wird sich auch weiterentwickeln. Ja, so seht ihr, wenn ihr das Spiel aufmacht, am Anfang so Stopp-Karten, weil ihr werdet Sachen freischalten. Ihr werdet einen Shop finden, wo ihr neue Sachen kaufen könnt. Ihr werdet eine Karte haben, die ich euch jetzt nicht zeige, weil sie bei mir schon vollgestickert ist, wo ihr einen neuen Sticker drauf tut, sie abhakt und so wird sich die Stadt Gloomhaven immer mehr entfalten. Ihr werdet immer mehr entdecken, eure Charaktere werden immer stärker, aber auch die Gegner werden immer stärker. Und eine Besonderheit ist auch diese kleine Box hier, die irgendwie sowas ganz Spezielles ist, weil jeder Charakter wird so eine Box haben und dort werdet ihr alle eure Sachen verstauen. Alle eure Karten, eure Notizen und so weiter. Und das ist eure Box. Diese Box nimmt euch keiner weg und damit könnt ihr dann auch immer spielen und immer, wenn ihr dann das Spiel aufbaut, nimmt jeder seine Box, hat sein Material und am Ende des Spiels tut ihr alles wieder in eure eigene Box. Das Basisspiel war für einige schon relativ schwer zugänglich. Da hat man ein paar Regeln, die man lernen muss und da hat die Pranken des Löwen eine geniale Lösung. Und zwar werdet ihr eigentlich direkt losspielen können, wenn ihr einfach hier diese Regeln laut vorlest, weil ihr werdet verschiedene Missionen haben, fünf Stück am Anfang, die euch Stück für Stück die Mechanik des Spiels erklären. Ja, sie werden euch erstmal erklären, wie gehe ich jetzt, wie kämpfe ich jetzt und danach kommt das Geld hinzu bei der nächsten Mission, danach kommen die Erfahrungspunkte hinzu und so weiter, Schritt für Schritt. So, dass es bei mir funktioniert hat, dass ich jetzt mit Menschen gespielt habe, die jetzt nicht so oft Dungeon Crawler, ich glaube, es war sogar ihr erster Dungeon Crawler, ja, und sie überhaupt nicht überfordert waren und ob es ihnen gefallen hat, dazu komme ich gleich auch noch. Das Spiel Gloomhaven ist eigentlich recht simpel. So wird jeder von euch Karten haben, die ihr dann auch auf der Hand habt und dann werdet ihr euch zwei Karten davon aussuchen. Ja, die entscheiden dann, wie schnell ihr agiert, ja, wie eure Initiative sind, aber auch, was ihr macht. So müsst ihr dann auf den Karten eine obere und eine untere Aktion aussuchen, also ihr könnt nicht zwei obere machen und danach macht ihr die Sachen auch. Ja, die Hauptaktion, die ihr macht, ist gehen und danach schaden. So, und da ist auch jeder Charakter individuell, ja, zum Beispiel jetzt der Axtwerfer, wird natürlich auf Distanz gehen und dann mit der Axt werfen, während jetzt hier der Tank versucht nahe zu kommen und viel Schaden zu machen oder der Supporter, die anderen versucht zu buffen, zu heilen und so weiter und so fort. Die meisten Spiele haben da immer Würfel benutzt, bis dann Gloomhaven kam und Gloomhaven dieses wunderschöne kleine Deck hier eingeführt hat, wo ihr nicht würfelt, sondern ihr zieht eine Karte und diese Karte sagt dann, ob auf euren Angriff plus eins addiert wird oder minus eins oder ihr einen kritischen Treffer habt oder vielleicht sogar ein Auto-Fail. Und so werdet ihr dann bei Pranken des Löwen eine Mission anfangen, ihr werdet ein Ziel kriegen für diese Mission und sie dann versuchen gemeinsam zu meistern. Die Monster werden alle auch noch ein extra Deck haben, wo auch steht, wie sie sich verhalten, ja, werden sie Schritte vorwärts gehen, werden sie sich heilen, wie viel Schaden werden sie machen, ja, manchmal machen sie sich auch selber Schaden und die Monster funktionieren da auch alle anders. Ja, ihr habt hier zahlreiche Monsterarten, die alle anders funktionieren und später werdet ihr natürlich auch Bosskämpfe erleben, die dann auch anders funktionieren. Hier kommt aber auch schon der erste Kritikpunkt an Gloomhaven und zwar ist das die spielerische Mechanik, also ihr werdet das ganze Spiel das so haben, dass ihr werdet vorher natürlich neue Karten kaufen können, ihr werdet Level aufsteigen, aber die Hauptmechanik ist natürlich, dass ihr beim Kämpfen immer zwei Karten aussucht und das macht ihr dann. So, und das macht ihr dann halt auch bei jeder Mission, ja, es wird immer sein, laufen, kämpfen, laufen, kämpfen. Und eine Mechanik, die einigen Menschen nicht gefällt, bei mir ist das nicht so, aber einigen Menschen gefällt das nicht, zum Beispiel auch Walli ist kein großer Fan davon, dazu gleich mehr, ist, dass wenn ihr keine Karten mehr habt, weil ihr alle abgelegt habt, müsst ihr eine Karte von eurem Deck entfernen. Das ist die Zeit, die abläuft, ja, das heißt, ihr werdet im Laufe des Spiels immer weniger Handkarten haben und wenn ihr keine Handkarten mehr habt, seid ihr erschöpft und seid damit raus, ja, und deshalb müsst ihr die Zeit managen, wie viele Züge habe ich jetzt noch, wie viel kann ich das machen, ja, und es ist dann weniger ein super Dungeon-Crawler-Feeling, sondern da muss man hier jetzt auch schon ein bisschen Euro-lastig, strategisch schauen, okay, wie viele Züge habe ich, wie kann ich das jetzt optimieren. Mir gefällt das richtig, ich finde das richtig spannend, weil man dann voll oft hat, dass man im letzten Zug ist und dann so, boah, wenn ich das jetzt schaffe, da hinlaufe und dann mache ich Doppel-Damage, dann geht ihr zu diesem Monster, zieht die Karte und dann gibt es einen Crit und dann macht ihr den Platz und dann so, boah, das war ein richtig cooles Erlebnis und das werdet ihr bei Gloomhaven auf jeden Fall haben. Aber natürlich, was einige hier stören kann, was ich auch voll verstehen kann, ist, dass ihr natürlich immer weniger Karten habt und euer Charakter nicht stärker wird während der Mission, sondern schwächer. Was ich aber thematisch sehr stark finde, weil desto länger wir natürlich in dieser Mission sind, in diesem Kampf, werden wir natürlich immer mehr erschöpft, weil es ist anstrengend zu kämpfen und das ist hier thematisch dann damit umgesetzt, was ich, ich, ziemlich genial finde. Das ist aber nicht bei jedem so. Das heißt, wenn euch die Grundmechanik nicht gefallen wird, dass ihr eine Karte aussucht und dann damit kämpfen werdet, ja, wenn euch das Kämpfen nicht so interessant vorkommt, sondern das Drumherum, ihr werdet natürlich am meisten kämpfen. So ist es bei Walli. Walli findet das Drumherum richtig klasse. Die Story, die Artefakte, die Sachen, die man im Shop kaufen kann, die Begegnung, die Mission, die man hat, das findet Walli alles toll, aber sie mag halt nicht dieses Kampfsystem mit den zwei Karten aussuchen. Das findet sie langweilig, weil es halt wirklich immer das Gleiche ist. Ihr seid dran, sucht zwei Karten aus und so weiter. Und wenn ihr das nicht mögt, dann wird das auch das Richtige, wenn ihr das beim richtigen Gloomheim zum Beispiel nicht mögt, Pranken des Löwen ändert das nicht. Ja, Pranken des Löwen ist wie das normale Gloomhaven, aber halt wirklich runtergebrochen, ja, dass es halt nicht so episch lange ist. Aber sonst ist es genau wie Gloomhaven. Und wenn ihr sagt, nee, ich will nicht die ganze Zeit das Gleiche machen, sondern ich möchte, dass der Kampf sich jedes Mal komplett anders anfühlt, dann ist Gloomhaven vielleicht nicht das richtige Spiel für euch. Kommen wir aber zu einer Sache, die Pranken des Löwen wirklich, wirklich schön macht. Und zwar ist es dieses Buch hier. Im Basisspiel müsst ihr immer die Teile raussuchen, die so zusammentun, wie bei den, eigentlich allen Dungeon Crawlern, wenn man jetzt Herr der Träume und so nicht dazu zählt. Hier ist das Ganze aber ganz simpel. Ja, und zwar blättert ihr einfach auf die nächste Seite. Oh, das Spielbrett ist schon aufgebaut. Das ging aber schnell. Und dann stellt ihr hier nur noch die Monster hin, wo die hinkommen, stellt eure Charaktere hin und let's go. Also, es ist natürlich jetzt nicht so, dass ihr nur eine Minute zum Aufbauen braucht, aber ihr braucht fünf bis zehn Minuten, dann könnt ihr schon losspielen. Beim originalen Gloomhaven, wenn ich das mit Herbert spiele, dann brauchen wir ja schon eine halbe Stunde zum Aufbauen, alles suchen, aufmachen und so weiter. Ist natürlich auch ein Erlebnis, aber hier geht es einfach direkt los und das ist sehr, sehr schön. Eine Sache, die ich auch sehr genial an Gloomhaven finde, auch bei Pranken des Löwen, ist, dass jeder von uns so ein kleines Blatt hat. Hier, das hier ist unbeschriftet für euch extra und dort werdet ihr dann auch festhalten, wie viel Erfahrung ihr kriegt, wie viel Geld ihr kriegt und später könnt ihr mit dem Geld dann Sachen kaufen. So, das heißt, euer Charakter wird sich weiterentwickeln. Das heißt, eure Spielerfahrung wächst, ja, ihr versteht mehr das Spiel, aber gleichzeitig wächst auch die Karten, die ihr auswählen könnt. Ja, es kommt, wenn ihr Level 2 kommt, kommen neue Karten hinzu, neue Kombos, die ihr ausprobieren könnt und neue Strategien, die ihr dann als Team machen könnt. Das ist aber auch ein kleiner Nachteil. Und zwar werdet den Charakter, den ihr ausgewählt habt, werdet ihr die ganze Zeit spielen, also die 25 Missionen. Hier gibt es keine Charaktere, die ihr freischalten könnt, wie jetzt zum Beispiel bei Gloomhaven, sondern hier werdet ihr die ganze Zeit denselben spielen. Das heißt, wenn ihr vielleicht bei der ersten Mission merkt, hm, irgendwie mag ich nicht seinen Spielstil, ich will jetzt nicht auf Fernkampf gehen, dann wechselt lieber den Charakter, weil ihr werdet mit dem wirklich diese ganze Geschichte erleben, was ja auch Sinn macht. Aber wenn euch der Spielstil von eurem Charakter nicht gefällt, könnte es dann für euch so ein bisschen mühselig werden. Kleine Randnotiz an Gloomhaven-Fans, ihr könnt natürlich auch die Gloomhaven-Charaktere von hier dann zu dem richtigen Gloomhaven nehmen. Also, kommen wir zu meinem Fazit. Gloomhaven ist ein wirklich, wirklich besonderes Spiel, was ich sehr, sehr liebe. Es gibt natürlich Menschen, die mögen es nicht, was ich voll verstehen kann, eben genau wegen dieser Wiederholung, dass das Kämpfen sich immer gleich fühlt und dass es eigentlich nicht so viel zu entdecken gibt, obwohl es viel zu entdecken gibt, aber die Spielmechanik ist halt wirklich dasselbe. Und wenn einem die Spielmechanik nicht zusagt, dann ist Gloomhaven wirklich nichts für einen, ja, was ich auch voll verstehen kann. Bei mir ist es aber so und ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend, besonders halt auch wegen diesen Finalmomenten, wo ich dann was aufdecke und dann habe ich es gerade eben noch so geschafft. Und ich weiß nicht, wie die geschafft haben, dieses Spiel so gut zu machen, dass ich jedes Mal, wenn ich Gloomhaven spiele oder jetzt auch Pranken des Löwen, ich immer diesen finalen Zug habe. Immer ist es immer knapp so, genau ausgerechnet so, jetzt haben wir es geschafft. Ja, es ist nie so, ah, das war jetzt super easy. Jetzt hier vielleicht im Tutorial die ersten zwei Missionen oder so. Aber es ist immer so, boah, gerade noch geschafft. Und wenn ihr dieses Gefühl liebt, dann ist das bei Gloomhaven genau zu finden. Wem kann ich jetzt Pranken des Löwen empfehlen? Wenn ihr ein Kampagnen-Spiel sucht, was nicht zu teuer ist, aber trotzdem eine richtig coole Geschichte erzählt, mit Bosskämpfen und allem, dann ist Pranken des Löwens genau das, was ihr sucht. Wenn ihr aber sagt, ich will wirklich hunderte von Stunden in ein Spiel legen, ja, dann holt euch einfach Gloomhaven oder Frosthaven, was jetzt, ich glaube, Ende des Jahres bei Feuerland auf Deutsch erscheinen wird. Bin ich mal gespannt. Ja, und wenn ihr aber sagt, ich mag keine Kampagnen-Spiele, dann versucht es trotzdem mal mit Gloomhaven, weil das macht wirklich diesen Einstieg super, super einfach. Also, ihr müsst, ja, wenn ihr mal so ein leichtes Kennerspiel geschafft habt, dann schafft ihr auch Gloomhaven. Das Tutorial ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, besonders auch, weil ihr dann am Anfang Karten haben werdet oder hier auch so blauen Text, wo alles nochmal erklärt ist, so Achtung, vergiss nicht, viele Spiele vergessen das. Ja, und das finde ich, ist richtig cool. Ich hoffe, ich weiß, Frosthaven wird es glaube ich nicht haben, dass dieses Buch dort auch übernommen wird oder dieses Buch auch für Gloomhaven kommt. Das ist so entspannter, einfach im Buch, dann ist es fertig aufgebaut, als alle diese Teile mühselig rauszuholen. Das ist hier richtig schön. Ja, und deshalb kann ich das nur empfehlen, das mal auszuprobieren und es kostet auch nur 50 Euro. Ihr werdet relativ schnell merken, ob ihr ein Fan seid oder nicht. Ich habe dieses Spiel auch extra ausprobiert mit Menschen, die noch nie einen Dungeon-Crawler gespielt haben, wie es bei ihnen ankommt. Ja, dass bei mir Pranken des Löwen gut ankommt, war für mich keine Überraschung. Also, das war, es war halt klar. Ich bin Gloomhaven-Fan, da wird mir auch Gloomhaven Pranken des Löwen gefallen. Frosthaven wird mir, denke ich mal, auch einfach gefallen. So, aber ich habe es mit Leuten gespielt, die es noch nie gespielt haben. Wie war da das Erlebnis? Und ich muss sagen, als wir es dann angefangen haben, waren die so, oh, das ist ja, ist ja gar nicht so schwer, das Spiel. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie schwerer und dann haben wir das gespielt, gespielt. Erste Mission, zweite Mission, haben wir kurz pausiert und dann habe ich mich wieder mit denen getroffen und ihre Frage war, wann spielen wir Gloomhaven weiter? Ja, und sie wurden von dem Spiel gecatcht, ja, und sie sind kein, haben nie Dungeon-Crawler gespielt, sie mögen kein Army-Trash oder sonstiges und Gloomhaven Pranken des Löwen hat sie gecatcht. Und das, finde ich, spricht voll für das Spiel. Ich bin richtig begeistert, dass das jetzt auch als kleine Box rauskommt, ja, ich glaube, wenn ich damals Gloomhaven nicht geholt hätte, würde ich hier zuschlagen und würde dann der große Gloomhaven-Fanboy werden. Das ist ein sehr kluger Schachzug von dem Verlag gewesen, das ist wieder so auf dem Zahn der Zeit, ähnlich wie bei Robin Hood, ja, das Aufbauen schnell, Abbauen schnell, das haben wir hier auch für dieses epische Spiel, sag ich jetzt mal. Und deshalb bin ich sehr, sehr zufrieden und freue mich, ja, dass es dieses Spiel gibt. Ich hoffe, einige Verbesserungen, wie jetzt das mit dem Buch, wird auch in Frosthaven kommen. Es gibt immer noch kleine Sachen, die noch nicht so gut verbessert wurden, zum Beispiel, das mit den Leben-Tracken, ja, da gibt es diese kleine Scheibe, die habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, weil ich nie damit spiele. Ich benutze immer die App Gloomhaven-Helper, ja, die ist auf Englisch, aber dort ist alles super einfach einzustellen. Ich mache den Laptop an, mache atmosphärische Musik an und stelle da ein, wer wie viel Schaden hat. Das ist viel einfacher, viel übersichtlicher. Gut, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Gloomhaven-Planken des Löwens findet oder wie ihr Gloomhaven findet. Ist ja gar nicht so viel Unterschied zwischen den zwei Spielen. Wart ihr enttäuscht von Gloomhaven, weil das alle so sehr feiern und dann habt ihr gemerkt, nee, das ist gar nichts für mich oder sagt ihr, boah, jetzt bin ich auch ein Gloomhaven-Fan. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich würde eure Meinung wissen und bleibt natürlich fair, ja, ihr müsst hier keinen Gloomhaven-Fan beleidigen oder andersrum, ja, Wally zum Beispiel ist leider kein Gloomhaven-Fan geworden. Ich habe ein bisschen gehofft, dass das es bei ihr ändern wird, aber er hat das normale Gloomhaven nicht gefallen und das hier ist sehr nah am Original. Gut, danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Christopher von den Brettspielgeeks. ENDE 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 Untertitelung. BR 2018